Heute zeige ich euch mal wieder einen meiner Favorite Burger in komplett Berlin. Zwar gibt es den beiden Kraftfond Grill in Steglitz. Was für ein geiler Name. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nicht nur der Name ist Geist, sondern auch die Burger. Hier seht ihr, wie frisch das Ganze zubereitet wird. Seht ihr jetzt mal das Fleisch, was wirklich extrem premiumhaltig war, genauso wie auch das Brötchen. Hat auf jeden Fall echt mehr Aufmerksamkeit verdient. Er kann locker mit den Großen in Berlin mithalten. Und ich habe mir einen lecker Chili Cheeseburger bestellt und natürlich war der schön well done gewesen. Wie isst ihr am liebsten euren Burger? Das ist der perfekte Burger. Schaut ja nicht richtig geil aus. Nicht so dick, nicht so flach, genau perfekt. Und jetzt mal den ersten Biss. Einzigartig, man schmeckt wirklich die Qualität des Fleisches raus und das lecker Brot. Lass uns den Chef das Ganze nochmal sagen. Also ich muss wirklich sagen, wirklich einen der besten Burger in komplett Berlin. Vielen, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.